Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Paragon. Ich lasse euch mal hier so an den Punkt mit einsteigen, es ist ja jetzt zwar nicht sonderlich spannend, aber wir battlen uns hier schon seit 8 Minuten mit den beiden Kameraden hier und irgendwie ist niemand in der Mitte, der da irgendwas verteidigt. Darum hoffen wir mal, dass wir hier, ja, so lange wir mal was gerissen kriegen. Wir sind ja auch schon Stufe 5, 1,5 und machen hier so Sachen tot. Übrigens, ich bin das Ankh und wir sind die Auge oben. So ist das heute. So, die laufen jetzt da rein, schießen auf das Türmchen und ich chill die brutalen Luft. Das ging doch ganz gut. Hat er gute Arbeit gemacht, habe ich gute Arbeit gemacht, haben wir Team guter Arbeit gemacht. So. Oh nein. So, geht es wieder nach vorne. Geht jeder in die Schlacht. Ich muss nochmal ganz kurz, Alexa, Timer stoppen. So. So. Das musste mal nebenbei sein. Ich hätte mich nämlich vor den Timer gestellt. Was jungelt der die ganze Zeit da anstatt den Ding zu verteidigen, den Pfad? Was stimmt mit dem Typen nicht. Bestimmt mit dem Typen nicht. Ey, ein Fuchsmädchen. so na toll jetzt sind da drei wo ist es vielleicht nicht ganz so geil gegen drei ist nicht so cool nicht legen ich wusste jetzt warum sie den letzten matches immer so geleckt hat das team im hintergrund irgendwelche updates gefahren hat obwohl es das gar nicht darf das war voll frech von steam einfach hier weiter die Minions töten we mehr power für die ice cutter lady ice cutter lady ice cutter lady mehr power für die ice cutter lady sehr schön op ne libros ne 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 das hat der magier recht gut gemacht ich habe ja auch noch überlebt das ist nicht schnell genug gesehen dass unser magier auch da ist absolut schlecht auf die karte geachtet da da Achtung Und weil es überhaupt kein Mana um zu helfen Ab nach Hause erstmal Dass der Magenkettel reingejumpt kam er richtig gut Sehr schön, zweimal den hier Das ist nicht so schön Ich glaube ich muss da immer reißgucken gegen Steam Dass der schon wieder irgendeine Scheiße im Hintergrund macht Du musst ja Autostar von Steam Autostar Autostar von Steam unbedingt ausschalten Vor allem diese automatischen Updates Ist ja ganz praktisch und deep und nett Aber wenn man online spielt ist es echt nervig Sehr gut 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 gemacht Leute festhalten kann ich Dafür habe ich nicht unbedingt das Mana gerade da Nein, nein Verschniepel ich mich mal ganz kurz Dann habe ich wenigstens wieder alles voll Ja genau das wie erwartet Genau das wie erwartet Okay Mitte ist gerade ein bisschen stressig Gucken wir mal Nein 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 Alles Nein 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 Das war God Ok, wieder ganz viel Assists gemacht, aber nicht zu tötet, egal, das Team zählt, mein Handy müsst ihr voll am Party machen, Tisch vibriert die ganze Zeit, macht wahrscheinlich auch Geräusche, das tut mir leid, Geschwindigkeit wollte ich, naja, jetzt haben wir halt Geschwindigkeit, da wäre eh die nächste Karte gewesen, auf geht's, nach vorne, ladiladiladila, so, Mann, jeder links, Mann, doch voll Stress links, ach ja, doch, Aurora ist ein sehr lieber Charakter, den mag ich sehr, der macht fast immer Spaß zu spielen. Wohin ich, wenn man sowas macht. Geht doch. Voll drogen, voll drogen. Oh, da war wieder ein fieser Lag. Oh, jetzt ist es ein bisschen, bisschen schlimmer gerade. Das das geht, hätte ich nie mit gerechnet, das war voll Glück. Dass ich da so hochjumpen konnte, das war mega Glück. Ernsthaft hätte ich nie gerechnet, mit haben. Hätte getan. Eieiei. Richtig sportlich da einfach so, schlups. Oh, ich bin auch noch gar nicht gestorben. Bin ich denn für ein bezauberndes Bienchen heute? So, die lasse ich mal alle noch schön fröhlich da in Ruhe. Ich glaube, da reicht mein Schaden auch nicht so richtig für, die gesund wegzukloppen. Alle sind irgendwie irgendwo unterwegs, auch nicht so toll. Wieso ist ein Links nicht so cool? Neuer Fluchtweg. Der Fluchtweg ist geil. Ist geil, der Fluchtweg. W-h-h-h-h-h-h-h! Näh? Hm? Uuuuh! Oh, links der Paladin, sehr gut. Gut, ich war schon wieder gerade ein bisschen still, tut mir leid. Das war nicht meine Ansicht! Puh! Mach mal hier jemand in der mittleren Pfad wieder sauer, bitte! Okay, bei mir ist niemand. Da ist auch gerade niemand im Kommen. Gehe ich mal, Karten kaufen, sechs Karten macht, lohnt sich. Minions, 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 Minions. Es wäre eh erstaunlich, wenn man so schnell immer den Tor kriegen würde, in der Situation. Hm. Grid ist, glaube ich, gerade ganz schön. So ein bisschen zumindest. So eine Grid Base. Vorsicht in das Dschungel. Mörder, hol dir das Ding! Nein! So, in der Mitte sind ganz viele böse Männer. Sparrow! Oh, guck mal, da kommt einer! Machen wir weiter, hierzu ein bisschen mit. Anfeuer hat sich verletzt. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! So. Äh, was ist jetzt los? Wann bin ich denn gestorben? Das finde ich nicht fair. Kann man mal ganz kurz. Ja, jetzt sieht sie einmal kurz meine Startleiste, dann gehe ich mal davon aus. Steam ist doch gar nicht offen. Ha! Was ist da gerade los, dann hätte ich gerne gewusst. Das war ja mega scheiße. Und das Spiel ist einfach stehen geblieben mit mir. Mh, Mann. So, oh. Da haben wir die Karten auch noch gekriegt. Verdammt, wieso war ich tot? So ne Kacke. Ich hab auch nichts machen können in der Situation da mit dem Magier. Nichts Nullnada. Na gut. Na gut. Was war immer gerade hier los, da? Ich bin noch ein bisschen waff wegen dem Magier eben. Das ist das nicht so. Seh gut. Ne? Da war Feng Mao noch. Oh, drei, nein. Da ist mir dann doch ein Gegner zu viel. Ja, selber schuld. So, das war gemein. Nehmen wir alle der kleinen, ja. Kleines Wegchen, los, töten wir sie. Alles einfach durch unsere Minions. So. C, äh, verteid ich mal die Mitte bitte. Irgendwie unsere Minions erledigen, deren Basis schon irgendwie ganz voll alleine. Hier. Hm. Ja, man, ein bisschen auf Geschwindigkeit heute eher. Das war gerade eben so meine Überlegung, deswegen das Schweigen. Ich muss das Schweigen. Oh, guck mal, Magier Jeff läuft weg. Tender Jeff, Tinder Jeff, Tinder Jeff läuft ganz schnell weg. So, selber schuld. So. Danke. So, den nächsten Heiltrank ziehe ich mir auch mal rein. Oh, vier Gegner sind tot. Das war nicht mehr lange, aber... Das war nicht mehr lange, aber... Das war eine mega gute Arbeit. Das wäre quasi ein Zombie. Haben wir schon wieder alle getötet? Oh. Die Statistik sagt, ja. Das es bei uns brutal läuft. Erstaunlich ist das Team so lange durch von den Gegnern. Erstaunlich, erstaunlich. Ich hätte gedacht, du wärst ein Clown, die Fisch. Ja, mach dir den Kern kaputt. Ich spiele mit den Minions. Ich geh auch nochmal sicher, ich mach hier Ole Ole nach vorne. So. Hier haben wir noch einen intakten Turm. Interessant. So. Mach, ja. Der sollte hinüber sein. Gut, ich geh mal wieder nach rechts. Ich würde das dann nämlich alles kaputt machen. Oder ich geh mir die anderen mit. Aber die anderen gehen auch nicht nach vorne. Zumindest nicht so, wie ich es gerne hätte. Ist sehr waghalsig, was die da machen. Ja, das... Läuft bei denen anscheinend. Ja, das war ein schönes, aber auch sehr einseitiges Match leider. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, denn wir haben mal hochhausmäßig gewonnen. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mit ein Däumchen nur losen würdet. Und wir uns im nächsten Match von Paragon wiedersehen würden. Oder auch bei... Boah, was läuft denn jetzt alles? Zelda, Breath of the Wild, Mass Effect, Andromeda, Assassin's Suite 1, hoffentlich. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem meiner Let's Plays wieder. Und vielleicht sogar hier. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.